So, das müsste ja irgendwo sein. Irgendwo müsste ja Sand geben. Ich glaube da hinten. Da war... Ne, warte mal, Wasser war hier vor... Na, egal. Komm, wir laufen erstmal hier hinten. Ach, guck mal da. Ach, so, wenn ich wirklich viel... Ach, da ist Sand. Da ist Sand. Das wollen wir haben. Ah, see you soon. Da unten. Okay. 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 So, dahinter ist jetzt wahrscheinlich das Wasser. Hm? Ah! Ah, das ist jetzt natürlich blöd, wenn man das jetzt zeigt, man überflutet das alles. Hm. Hm. Ja, ich denke mal, das reicht, ja. Ah. Das ist okay. Ich denke mal, das ganze reicht. Der ganze Sand reicht uns. Das kann man lassen. Ah, das ist ein schönes Dorf. Das ist schön. Das gefällt mir richtig. Richtig schönes Dorf. Cool wäre es natürlich, wenn die sich auch vergrößern würden, gell, wenn die... Oh, das hat mich erschreckt. Cool wäre es, wenn die sich natürlich vergrößern würden. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, wenn da immer mal so ein paar Dörfchens mehr auftauchen würden. So. Ähm. Wir haben Sand. Den setzen wir da oben rein. Ja. Da unten die Kohle. Komm, nehmen wir die drei raus. Setzen hier die Kohle rein. Und machen hier noch ein bisschen Sand. Gut. Ähm. Das ist viel. So. So. Na. Ja. Schön. Ähm. Ein paar fucking. Ja. Ein paar fucking. Ein paar fucking. Ja. Ein paar fucking. Es ist ja ein bisschen... Wow. Ein bisschen dunkel hier. So. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir die Eichenbretter. Haben wir noch. 26. 34. Ach. Da haben wir noch genug von. Das ist gut. Ähm. So. Das Ganze noch ein bisschen zubauen. Wie ich mich kenne, ist das sowieso totaler Schwachsinn bei dem Dach gewesen. Weil ich wahrscheinlich eh nochmal eine Etage drauf baue. Und vielleicht noch eine Etage. Und noch eine. Und noch eine. Ach. Na ja. Gut. Ist ja auch egal. So. Schön. Sehr gut. Gefällt mir. Mal gucken, was es hier gibt. Gibt schon was. Klaas. Jawohl. Gibt schon neun. Neun. Sehr gut. Wir können doch eigentlich auch Klaas. Moment. Ähm. Äh. 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 Glasscheiben. Genau. Die dürften ja eigentlich. Ja. Sieht gut aus. Kann man so lassen. Ist. Schön so. Ja. Cool. Wunderbar. 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 Jetzt gehen wir nochmal ins Dorf. Und holen da unser Bett. Und das ganze Kram. Was wir da in unserem. Ja. Ich sag mal. Das war so unser. Unser kleines Ferienhütchen. Unser Worrenendhaus. Genau. Das hier ist das Worrenendhaus von uns. Nein. Das hat nicht schon gestanden. Sondern das habe ich dahin gebaut. Ja. Also dass ihr ja denkt. Oh. Jetzt klaut er den armen Menschen. Den armen Menschen das Zeug. Nein. Niemals. Okay. Will ich niemals tun. Ähm. Wir haben keinen Platz mehr in unserem Elementar. Das ist ja doof. Ähm. 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 Komm. Raus mit. So. So. Halt. Ich will das. Komm. Weizen kann ja gehen auch aus. So. So können wir das mal lassen. So ist das schön. So. Ach. Wie schön. Ha. Cool. Ja. So. Wo ist das Bett? Das setzen wir hier hin. Oder jetzt müssen die Mitte. Ach. Die Mitte ist wahrscheinlich ein bisschen doof. Jetzt setzen wir es hier hin. So. Jetzt haben wir schon mal ein Bett. Ähm. Ähm. So. Jetzt setzen wir erstmal das Ding hier hin. Den Tisch oben drauf. Na. Falls mal jemand zum Kaffee vorbeikommt. Ach. Schön. 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 Guck mal. Ist ja cool wenn Apfel jetzt drauflegen könnte. Kann er was draufstellen. Na gut. Ja. Cool. Kann man doch. Denk ich mal. So lassen. Ne. 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 So. Die setzen wir hier hin. Ja. Ja. Das sieht auch gut aus. Gell. Richtig. Richtig schöne Mod. Finde ich. Richtig schön. So. Jetzt können wir jetzt mal den ganzen Klumpatsch. Was wir erstmal nicht brauchen. Können wir erstmal fröhlich. Da rein knallen. Obwohl. Warte mal. Die Erde. Die können wir eigentlich gleich mitnehmen. Weil. Da ist nämlich was. Das gefällt mir nicht. Das muss anders da gemacht werden. Und zwar. Ja. Ich hätte das hier gerne ebenerdig. Ja. 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 Oh. Es wird ganz schön knapp bei der Erde. Glaube ich. Genau. Ja. Es wird ganz schön knapp bei der Erde. Das war's für heute. Naah. Naah. Ja, so, sieht ja schon mal was aus, das ist der ganze Hügel hier noch weg, dann haben wir das gerade, dann kriegen wir das ja auch noch voll, wir haben da viel Arbeit vor uns, viel, viel Arbeit, viele, viele Arbeit, so, komm, die Schippe, die haben wir schon, machen wir jetzt, solange die Schippe noch hält, das ganze hier einfach erstmal weg. Oh. 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 so siehst du dann haben wir da ein paar sehr schön ha da haben wir zucker super kommen mit homo gleich weg haben wir gleich da noch zucker zum anbau das ist sehr schön cool 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 ja so leute ich mache das mal feiern für heute und ähm wir sehen uns denke ich mal morgen wieder mit der neuen folge von minecraft mit dem chroma hill mod und wenn es euch gefallen hat ihr wisst schon daumen bitte nach oben ähm den link zu den mod findet ihr unten in der beschreibung falls ihr ihn auch mal ausprobieren möchtet der einen von euch noch nicht kennt und bis dahin bleibt sauber bis morgen gell ciao ciao ciao